Ja, hi zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt wieder ein neues Unboxing und zwar zu dieser coolen Edition und zwar 100 Jahre Warner Brothers. Insgesamt 10 Filme sind das in 4K und die habe ich schon geliefert gekriegt von Amazon und ich würde mal sagen, wir gucken uns die Box mal genauer an. Viel Spaß beim Video. So, das ist hier die Box. Ja, ich habe schon die Folie hier abgemacht und ihr seht selbst, ja, sieht schon echt schick aus. Also hier kann man auch lesen, 100 Jahre Warner Brothers Modern Blockbusters und ja, ja, dieses Backblatt, also diese Wanderolle machen wir auch mal ab. Ja, und ihr seht selbst, das sind die Filme hier und zwar Goodfellas, 3 Jahrzehnte in der Mafia vom Jahr 1990, dann von 92 Erbarmungslos, 99 Matrix, 99 The Green Mile, 2010 Inception, 2012 Argo, 2014 Interstellar, 2015 Mad Max Fury Road, 2018 Ready Player One und 2019 Joker und ja, hier auch die ganzen Ton- und Sprachinformationen, könnt ihr gerne auf Pause drücken und dann ablesen, falls es euch interessiert. Ja, das kann dann natürlich weg. Und das ist die schicke Box, sieht echt cool aus mit den Bildern vorne drauf, ja. und die Bilder sind auch so in, ja, mit Spotluck versehen, sag ich jetzt mal. Und so vorne wie auch hinten, ja, und hier auch das Warner Brothers Logo auch mit Spotluck versehen. Und, ja, hier an der Seite kann man dann auch nochmal ablesen, 100 Jahre Warner Brothers, 10 Filmkollektionen, modern Blockbusters, das 4K Ultra HD, ähm, das ist so ein bisschen dunkler gestaltet worden, genauso wie das Warner Brothers Logo, ganz unten, ja, und dann hier nochmal ganz oben, Warner Brothers, 100 Jahre, ja. Okay. Machen wir es mal auf, ich bin da echt gespannt drauf, ja, und das ist auch hier sofort die erste Seite, 100 Jahre, 100 Jahre Warner Brothers, modern Blockbusters, ja, und dann, ähm, ihr seht selbst, das sind schon, ja, eins von den drei Filmen, die sich in dieser Box, äh, befinden, und, ja, hier gibt's dann, ähm, ja, so halt so eine Zeitlinie mit den ganzen, ähm, Filmen drauf, äh, die ab 1990 anfangen, das ist ja auch der erste Film, ähm, der älteste in dieser Box, dieser Goodfellas, und dann gehen wir weiter, bis ganz nach hinten, 2019 ist dann halt der Joker, der letzte Film, ähm, der sich dann halt in dieser Box befindet, ja, wir gehen mal weiter, blättern wir um, und da sehen wir auch direkt Martin Scorsese's, Goodfellas, und dann Unforgiven, von und mit, Clint Eastwood, ja, und hier die Bilder drauf, und dahinter befindet sich auch jeweils immer die Disc, also hier einmal Goodfellas, das kann man dann so rausziehen, ja, und, ähm, die 4K Edition, Film ist ab 16, ja, also, eigentlich eine ganz nette Idee, aber ich würde es cool finden, wenn die Discs dann irgendwie noch so zusätzlich in Folie wären, weil wenn du die Discs dann immer rausziehst, oder wie auch immer, ähm, ähm, das paar Mal machst, dann können die vielleicht irgendwelche, ja, Kratzer kriegen, oder so, ja, kann man ja nie wissen, und hier dann auch erbarmungslos, ja, 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 schon eine coole Idee, aber, so irgendwie so eine Folie drüber, ähm, gibt es ja mittlerweile auch, kann man dann irgendwie die, so die Disc auch davor schützen, vor Kratzern, ja, und hier von den Wachowski Brothers, ja, Matrix, äh, 1999, Green Mile, Frank Therabond, ja, und dann auch wieder hier die Discs, ja, einmal Matrix, ja, ein ziemlich geiler Streifen, zumindest der erste Teil, und Green Mile ist ein Meisterwerk, wirklich, also, eigentlich beide, ne, also Matrix 1, äh, das hat mich damals auch sowas von überrascht, ja, mit dem zweiten Teil haben die es natürlich verkackt, ja, also, mit den weiteren Teilen eigentlich, also, keiner ist so gut wie der erste, und die anderen sind ja auch okay, und ich muss sagen, ich finde sogar den vierten Teil besser als den dritten, ja, also, das sieht man schon, ähm, ja, Green Mile, ja, mit dieser coolen Szene, ja, aus dem Film, ja, weiter geht's mit Inception, Christopher Nolan, 2010, Argo von, und mit Ben Affleck, 2012, ja, da habt ihr auch jeweils die, ähm, Bilder aus den Filmen, und dahinter, ja, verbirgt sich dann immer die 4K-Scheibe, einmal Inception, und einmal Argo, ja, blättern wir weiter um, und dann Christopher Nolan wieder 2014, Interstellar, und George Miller 2015, Mad Max Fury Road, ja, und die Discs, die sehen dann eigentlich immer gleich aus, ja, also, hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, aber, okay, ja, coole Szenen, Bilder noch dabei, ja, aus den Filmen, dann, Ready Player One von Steven Spielberg vom Jahr 2018, und dann Joker 2019 von Todd Phillips, ja, auch so in der Art mit den Bildern aus den Filmen, und dann die jeweilige Disc, die sich dann dahinter befindet, ja, ja, und dann kann man noch weiter umblättern, und das ist dann halt hier die letzte Seite, und hier nochmal die ganzen Filme draufgeschrieben, die sich in der Box befinden, ja, ja, das war's eigentlich mit der Box, ja, so eigentlich schon eine coole Idee, ein cooles Buch, Buch, also eigentlich so ein riesen Mediabook, kann man sagen, ja, mit 10 Top Filmen, ja, und eigentlich alles wirklich, ja, Klassiker, kann man sagen, mittlerweile, so kann man das, das ist dann halt der Schuba, und, ja, die Wanderolle, ja, ja, das war's eigentlich jetzt mit dem Unboxing zu dieser, ja, coolen Edition, also ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie eine ausländische Edition davon gibt, und ob die auch anders ist, ähm, sich, äh, ja, von dieser deutschen Version unterscheidet, ähm, aber zumindest vom Preis her kann ich auch direkt schon mal sagen, also ich hab dafür 100 Euro bezahlt, und wenn man bedenkt, 10 Filme in 4K, dann sind das durchschnittlich 10 Euro pro Film in 4K, also da kann man echt nichts falsch machen, und dann noch so eine schicke Box, ich meine, ich kauf mir auch gerne Keep Cases, ähm, aber wenn ich die Wahl hab zwischen Keep Case, und dann halt so eine tolle Edition, ähm, die sich eigentlich auch lohnt, ja, ähm, halt muss halt jeder selber wissen, aber 10 Euro pro 4K Film, also ich denke, da kann man echt nichts falsch machen, und, ähm, ja, mir gefällt's auf jeden Fall, und, ähm, ja, im Vergleich zu den Columbia Classics ist die dann schon anders geworden, die Box, ich dachte, das wird ungefähr das gleiche sein, aber die sind dann auch viel dicker hier, und die kann man auch schön hinstellen, hierbei muss man die irgendwie noch so hinten anlehnen, damit die dann, ähm, nicht irgendwie umkippt, wenn man die halt in die Vitrine stellen will oder so, aber ich find's okay. So, das war's mit dem Unboxing, ja, vielen Dank fürs Zugucken, wie findet ihr die Box, hättet ihr auch das Geld dafür ausgegeben, und, äh, wie findet ihr überhaupt die Filme, also ich finde, alle zehn Filme, äh, sind echt genial, und mir gefallen sie, und, ähm, ja, von diesen Filmen habe ich auch jeweils ein Keepcase oder so, das werde ich dann die Tage abstoßen, muss ich mal gucken, und, ähm, also halt weiterverkaufen oder so, oder in die Tauschkiste und so, und dann mal gucken, ja. Also, vielen Dank fürs Zugucken, ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video seht, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ciao.